muss jetzt hier ich muss da ich muss da bis da drüben hin habe ich irgendwie eine zwischenstation wahrscheinlich ja nein entgegen finde ich aber sehr sehr sweet von dir ich muss da bestimmt irgendwas machen ok ich glaube schätzlein hat schon recht gut gepasst ich glaube schätzlein hat schon recht gut gepasst ja ja bis in den knackpo ja vor allem hat sie ja so ganz bekommen wie komme ich mir als am besten hin hat er irgendwas gesagt was ich da machen muss gesagt nur an land bin ich sicher das weiß ich mach dich mal ab da was das viel ist halt echt schnell muss da bestimmt noch eine zwischenstation geben kann man nicht vorstellen dass ich den ganzen weg da drüber laufen muss ja ob das nicht so clever war bestimmt schon irgendwo eine zwischenstation oder ich muss einfach springen wie so ein honk mach dich ab da haben ich versuche es noch einmal einmal yolo mäßig komm komm diesmal ok ok everything is just fine guys ah jetzt kann man sogar ablenken ich sehe ich sehe so müssen erst mal gucken wo wir hin müssen erst mal das mitnehmen ok ich war wohl echt zu kress dann muss ich da jetzt lang kriegt das was geht das scheitern hinten sind als fiech vielleicht kann ich den stein auch einfach mitnehmen oder warte mal in die richtung aber kürz nehmen wir noch mal einen stein mit hey da hinten da hinten guck da hinten aber hat geklappt everything is just fine hier haben wir die nächsten steine ok wo müssen wir hin da hinten hin so ein weg weiter wäre jetzt super wo müssen wir da hin könnte möglich sein warte mal ich guck mal kurz einmal ok da muss ich hin ok wie können wir es jetzt am dümmsten anstellen so das fiech und dann rüber ja man mach auf mach doch auf jung was ein schwächling was ein schwächling oh jetzt wird mir direkt schon wieder warm ne oh wie kriege ich das dann auf ich rüttel mal ein bisschen anstatt einfach gegen zu wachsen ja holy moly oh das kommt gleich an Ich komme nicht mehr hoch, oder? Ah, okay, scheiß. Oh, boy. Ja, supi. Jetzt vielleicht erst mal kurz warten. You want a piece of me? You got one. You got one. Wir werden das noch schaffen, Freunde, ja? Please, calm down. Please, calm down. So, wir müssen ja, okay, das kennen wir schon. Dankeschön. Ach, jetzt bist du schon gleich hier, oder was? Da hinten musst du hin. So, komm, mach hin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und weg mit mir. Sehr gut. Aber wenn wir da hin müssen, dann wäre es, glaube ich, klüger, das Fies dahin zu machen. Oh, mach mal hin da. Komm. Mach mal hin, ich werfe da noch einen hin. So, auf geht's. Und tschüss. Aha. Jetzt ging's ja plötzlich. So, wir sind wieder aus dem Wasser raus. War doch gar nichts schwerer. Oh, okay. Okay. Hat die jetzt gesagt, dass sie gelogen hat? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht komplett aufgepasst. Aber ich meine schon, oder? Okay. Ja, die war jetzt ewig an den Sumpf gefesselt. Wir gucken mal weiter. Wobei, warte mal. Das müssen wir mal machen. Selbst entfesselt. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie gefährlich dieses Gebiet sein kann. Vor allem, wenn es sich anfühlt, als würden Albträume Realität werden. Ah, okay. Never mind. Also wir müssen schon mal nicht mehr zu der Maria. Also es geschieht schon wieder. Die Vergangenheit holt mich ein. Ihr Echo schallt in meinem Kopf umher. Während ich durch den Wald lief, hörte ich auf einmal Marias Stimme so deutlich, als ob sie direkt neben mir stehen würde. Sie hatte schreckliche Angst vor jemandem. Vor einem Mann, der dunkler als jeder Schatten war. Doch meinte sie wirklich einen Menschen? Oder haben die Arbeiter in der Mine meines Vaters den Teufel selbst entfesselt? So, und den Rest haben wir schon gerade gelesen. Okay. Und ich frage jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Wer jetzt nicht mehr Maria unser Ziel ist? Where do we have to go next? Muss ich jetzt wieder in den Sumpf? Nee, oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Ich muss, glaube ich, hier lang. I guess so. Wobei, kommen wir jetzt gleich gleich nochmal zu... Ist sie das? Oh, Maria, Maria. Oh, jetzt ist sie weg. Okay. Okay. Hat sie jetzt irgendwas hinterlassen? Nö. Ist das ihre Bude? Ist das die Häusle? Dann werden wir bestimmt hier irgendwas drin finden, oder? Weil die Musik wird auch schon wieder verheißungsvoll. Oh, passt. Nehmen wir das mal mit. Ich glaube nicht, dass es die Bude ist, oder? Will ich irgendwas wegmachen? Nee. Oh, jetzt muss ich doch wieder da rein? Nee, ich kann bestimmt einfach rüber, oder? Hopp. Ah, siehste. Und dann hier rüber. Komme ich jetzt noch zu ihrem Haus, oder nicht? Ich glaube, ich muss jetzt einfach wieder einen Weg aus dem Sumpf finden, oder? Wird mich gerade hier ein bisschen weniger sumpfig. Und vor allem steige ich auch was, was die Höhe anbelangt. So, da war der Sumpf. Hier haben wir nochmal Petroleum. Gut zu wissen. So. Wir sind, glaube ich, aus dem Sumpf wieder raus. The question is, where do we have to go next? Wobei, nee, hier ist immer noch der Sumpf. Muss ich jetzt doch nochmal hier rüber? Nee, hier war ich am Anfang, okay. Oder? Nee, ich muss... Hier kann ich auch nicht weiter. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal durch, oder? Und war ich da nicht? Bin ich da nicht vorhin schon rüber gemacht? War es nicht hier die Stelle? Nee, ich glaube nicht, ne? Oder? Oh boy. Ja, Mann. Gib's mir. Nee, ich glaube, hier war ich doch noch nicht. Nee, da scheint die Hütte zu sein. Das heißt, ich muss das Monster mal kurz einmal... Also die Maria. Fange ich genau schon so an. Einmal da hinlocken, damit ich die Leiter kann. Okay. Ach, wie viele Leute leben denn im Sumpf? Und das freiwillig. Wer lebt denn freiwillig im Sumpf, Freunde? Kann ich hier rüber springen vielleicht? Nö. Oh, aber hier runter muss ich wahrscheinlich. Ich hab hier nichts zum Ablenken. Irgendwelche Zwischenstationen? Muss ich wahrscheinlich durch nach hinten wieder hoch. Oh boy. Das kann jetzt lustig werden. Hopp! 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 Mach du mal dagegen, ja? Mach du mal dagegen! Hä? Oh, hier ist noch so ein Viech. Oh no. Oh! Leave me alone! Leave me alone! Wo muss ich als nächstes hin? Oh Gott, hier zu navigieren, das ist auch so eine Kunst für sich. Ich glaube, ich muss halt durch. Dann wird es wahrscheinlich da unten irgendwie so einen Hochgang geben, oder? Ja? Richtig? 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 Ist doch schön da! Ja! Ist... Boah! Kenn nichts besser! Oh! Ahem! Da! Ah, komm! Fass, Fifi! Fass, Fifi! Höh! 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 Oh no! Oh no! Oh ne, schon wieder? Höh! Ich! Höh! Alter, geh doch vor in mein Fitnessstudio oder sowas. Hat doch jetzt wieder offen. Oh, belassend! belastend. Den Schreck erst mal ein Käfsche. Auf den Schreck erst mal ein Käfsche. So, wo sind wir denn jetzt wieder? Okay, an der Stelle sind wir. Sollt man vielleicht nicht ganz so häufig wiederholen. Oh komm, mach hinne da. Und tschüss. Oh, das wissen wir schon mal. Hat sie gehört weg. Ne, warte mal, hier muss ich noch gar nicht. Da hinten muss ich hin. So. So. Ich glaube, ich muss die einfach da hinten hinpacken. Ja, immer entgegengesetzt die Richtung, wo wir hin müssen. Und von da kommt sowas wie ich. Okay. Dann vielleicht noch ein bisschen weiter. Ach, jetzt bist du da? Und tschüss. No, komm. Jetzt aber mit mit Schmackes, ja? Mit Schmackes, Freund. Dankeschön. Holy fucker 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 moley. Also für mich hat es sich gerade so ein bisschen angehört wie Boomfang MC, ja? Waka maka fo. Oh my god. Alter, ist ja wie so ein Delfin, die Olle. Kommt ihm einfach entgegen gehopst, ne? Na? Glaube. Glaube, der hat es einfach von mir abgeguckt. Der hat sich gesehen so, hey Mensch, okay, wenn der, wenn der so fröhlich durch den, durch den See hupfen kann, äh, hupfen kann, hopseln kann, whatever. Ja, dann kann ich das schon 10 machen. Hier noch irgendwas Schönes? Nö. Nö, der Steine? Was muss ich denn hier machen? Bring das... Ach, dahinten macht es das Tor auf, okay. So. Immer Steine. Alter, nein. Are you serious? Das ist sogar noch mit Zeit. Na, happy birthday. Aber ich glaube, wir schaffen das, oder? Ja. Ach, Freunde. Das hat sich gerade wie ein Zweifler angehört, ja, aber war es gar nicht. War jetzt einfach nur aus Jux und Dollerei. Aus Jux und Dollerei. So, was haben wir hier? Ein bisschen Petroleum? Wollen wir das jetzt machen? Äh. Muss ja bestimmt irgendwas machen, oder? Ah, okay, hier geht es weiter. Kind of obvious. Kind of obvious. Oh, hallo. Grüße. Oh, jetzt hat er sowas zu viert? Wie viele Marias gibt es denn hier? Das ist nicht in New Hampshire, das ist irgendwo in Spanien. Oh, boy. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Oh, boy. Irgendwas wird doch bestimmt jetzt hier einbrechen, ja? Ich vertraue dem Frieden nicht. Wobei, dann wäre ich ja instant tot. Dann wäre ich ja instant tot. Kommt wahrscheinlich wie so ein Quick-Time-Event, weil ich wieder heftig verkacken werde. Höh! Ich wusste es doch! Hey, ho! Let's go! Oh, verspannt sich direkt alles! Oh. Oh, ich glaube, ich muss auf Klo. Muss ich jetzt hier nochmal irgendwie lang? Ich glaube nicht, oder? Komm, wir gehen direkt mal hier an Land. Oh. Oh. Freunde, wenn auch alles nur halb so wild. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Alles nur halb so wild. Da ist der Sumpf dann doch ein bisschen größer als gedacht. Finde die Kurbel und lasse die Brücke herunter. Es muss ja so sein, Freunde, ja? Es muss ja so sein, dass jetzt einfach hier eine Kurbel fehlt. Und ich glaube, ich weiß, wo wir langen müssen. Irgendwo da wird der... Oder? Ist doch hier hinter. Ich guck noch mal. Ja. Schönes Jump'n'Run hier unten. Läuft bei mir, würde ich sagen. Hopp. Oh oh. Ich sag ja, Super Mario-Spielen hat sich definitiv... Zahlt sich jetzt schon aus. Zahlt sich jetzt schon aus, Freunde, ja? Guck mal, mit was für einer Eleganz ich das mache. Ja? Filigran wie eh und je. Ich hätte es, glaube ich... Ich hätte es, glaube ich, gar nicht machen müssen, oder? Warum bin ich jetzt da rumgesprungen? Gab es da irgendeinen bestimmten Grund für? Doof. Es war schon einfach nur so aus Spaß. Oder war da zwischenzeitlich irgendwas, was ich übersehen hatte? Warte, wir... Puh. Guck nochmal zurück. Kann hier eine Kurbel sein? Oder muss ich da hinten weiter? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hup. Hup. Wo... Kann die Kurbel sein? Vielleicht hier irgendwo? Okay. Ah. Wow. Ich bin echt blind, Freunde. Kurbel. Ich wette, dass ich damit irgendwas öffnen kann. Oder runterlassen. Wenn man es nicht in den Augen hat, oder im Kopf hat, hat man es zumindest, oder sollte man es zumindest in den Beinen haben. Das sieht man wieder sehr, sehr anschaulich. Wobei, hier war ich. Ich gucke mal aus, warum. So. Dann. Auf geht das. Sieht so schwerfällig aus. Ja, aber das ist es auch. Oh. 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 Oh, es ist auch wieder schon Zeit. Oh. Come on. So. Use and Bow mäßig. Aktiviert. Let's go. Hup. I think I should check the house by the bridge. Iiiiihaa. Mal gucken, was da nicht passiert. Bin gespannt. Müssen wir rein, dass ich runterrutschen, oder? Oder ich habe krasse, krassen Grip, ja? Krassen Grip. Bahne dir einen Weg durch den Sumpf zu Marias Haus. Wir waren immer noch nicht da. Alter, das leben echt einfach zu viele Leute im Sumpf, habe ich das Gefühl. Zu viele Leute im Sumpf. Aber ich glaube, hier dürfte der richtige Weg sein. Puh. Ui, 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 ui. Irgendwas Schönes drin, auch? Ja. Hm. Das Marias Haus ist aber erst wie eine Kirche. Eine Kirche. 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 Ah. Coole Geschichte. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier gerade den richtigen Weg lang. Ansonsten bin ich gleich am Arsch. Ich will wieder rauf. Duckdump geht nicht, Freunde. Duckdump geht nicht. Schneller! Schneller! Ich bin hier runter. Oh, das war ein bisschen zu langsam. Yes, it was too slow. Too slow. Too slow. Ich will da rauf. Ich will da rauf. Fuck this shit, I'm out. Oh, no. I was too slow. Torsten will auch gerne, dass ich sterbe, wa? Hm, I see that now. Die scheinen richtig kräftig zu sein. Oh, die scheinen richtig kräftig zu sein. Also, wir machen immer das Tor vorne auf und das hinter uns zu. Das heißt, die müssen einigermaßen zügig sein. Let's try it again. Come on. Come on. I'm not afraid. I'm definitely not afraid. Tschüss. Wie soll ich den Scheiß nicht schaffen? Holy, lass mich auf hoch. Oh, oh. Tschüss. Und weiter geht's. Da muss ich nicht lang. Ich muss hier lang. Hier passiert gleich irgendwas. 100 Pro. Ah, guck mal hier. Leiche. Hallo. Grüße. Oh, die kommt zurück wieder. Okay, nochmal. Ich wollte noch ein bisschen bei der Leiche gucken. Aber ist okay. Ihr könnt die Leiche ruhig behalten. Kein Tempo. Oh. Wo bin ich denn jetzt lang? Wow. Wie kommen wir denn hier? Es gibt wieder mehrere Wege. Wobei, hier komme ich schon nicht weiter. Boah, man wird gerade tierisch warm, ne? Aber so heftig warm. Ich glaube, hier komme ich auch nicht weiter, oder? Ah, wobei. Maybe here. Maybe here. Wann? Hm. Okay. Wir können noch nicht mal auf dem Klavier spielen. Das ist schade. Aber ich glaube, wir sind gerade in der Kirche drin, ja? Äh. Ei. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe wieder irgendwas verpasst. Ähm. Nun. Wir haben jetzt Petroleum. Da bezieht sich gerade alles zusammen, ne? Bedeutet, dass ich gleich auf Klo muss und Hunger bekomme. Gut, oder? Sehr gut. Okay, da kann ich schon mal nicht hopsen. Wir scheinen auch keine Viecher mehr zu kommen. Which is good. Oh, den kennen wir doch. Komm hier Viechern. Nö. Hey, Mister. Oh, da haben sie die Aufmerksamkeit bei dem Typen gelassen, ja? Und da haben links irgendwas zu machen. Solche Schlawiner. Solche Schlawiner. Hier haben wir noch ein bisschen Petroleum. Was ich mich so ein bisschen wundere, ist, ja? Wir hatten ja erst schon zwei Boss-Fights. Ja, zum einen wer wird der dritte Boss sein? Würde es überhaupt noch einen Boss geben? Ist es vielleicht auch dein End-Boss? Wird es vielleicht unser Vater sein? Das war gemeint. Das war echt gemeint, ne? Ja. Das war echt schon nicht ganz so nett. Das haben wir schon... Oh, ich habe Kreuzungen, ne? Kreuzungen. Ja, komm. Machen wir es mal an den echten Deutschen. Wobei, ich glaube, die führen zusammen, oder? Ich glaube, die führen zusammen. Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Ist there anything of interest? In here? Or maybe in here? Okay. Schau mal, das Stückchen hier macht noch nicht mal mehr hier dieses Nebelgasgedöns. Anyways. War hinten noch irgendwas? Ich denke nicht. So, dann gehen wir mal hinten bei der Brücke direkt. Wobei, da vorne ist auch noch was. Geht aber auch nicht. Gehen wir mal auf die Brücke ziehen. Die Hüge sind nicht leidend mir aus. Ich weiß nicht viel. Das ist das, was sie machen all diese Dress. Dear Lord, was soll ich tun? Heute ein Detektiv kommen wird. Ich kann ihn nicht mehr sein, als ein fröhlicher Freund. Aber der Herr, save mich von dem Fiend der schwebt in den Wald. Ich weiß, ich bin erinnert. Scheint einfach nur Gedanken zu sein von der Maria. Okay, passiert wieder was, oder? Nee. Okay. Okay. Wir haben hier Haus immer noch nicht gefunden. Aber wir wissen, ja, gefühlt ist der Sumpf größer als der komplette Wald. Ja, das wissen wir schon mal. Ja, aber die Dämpfe da sind einfach zu geil. Zu geil, Freunde, ja. Das ist wie so ein LSD-Sprosch, ja. Einmal dran leckern, schon hast du Spaß. Schon hast du Spaß. So, dann kam ich auch nicht weiter, oder? Probably not. Oh, hier ist auch nochmal Petroleum. Warum mach ich eigentlich, ich mach mal kurz wieder ein bisschen Licht, ja. Ich weiß nicht, seht ihr das eigentlich hell genug, oder eher so dunkel? Fach für einen Freund, you know. Masking for a friend. That's everything. Ich glaube, es ist hell genug, oder? Die Lampen machen, glaube ich, nicht so den Unterschied. Da hinten weint jemand. Und da kann ich auch schon mal nicht weiter. Ja, vor allem, der kann sogar springen, kann mit Sachen interagieren, ja. Aber das kann er hier nicht wegreißen. Weiß sie. Ist hell genug, okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier geht es wahrscheinlich auch nicht weiter, oder? Nö. Ja, das ist Marias Hütchen, ja. Ein Zimmerhaus. Nee, das ist ein Friedhof. Okay, never mind. Hier kann ich nicht aufmachen. Hier wird doch auch irgendwas passieren, ne? Das sieht mir doch aus wie der perfect place für den nächsten Bossfight, oder? Wobei ich sagen muss, der zweite Bossfight war eigentlich besser für mich, fand ich. Weil es einfach nur weglaufen war. Der erste war so ein bisschen gefährlich. Weil da muss ich effektiv auch zielen. Und treffen. Nee, hier kann ich nicht weiter, ne? Nö. Okay, das heißt, wir gehen nach vorne weiter. Aber von da habe ich ja das Geheule gehört. Das heißt, es müsste doch hier noch irgendwo was sein, oder nicht? Something. Okay, hier war ich auch schon. Okay, wir gehen mal hier hinten weiter. Wir müssen ja immer noch das... Ist das das Hütchen von Maria? Okay, das ist glaube ich alles zu. Hm. Maria? Are you home? Also wenn das das Hütchen von der ist, ja? Dann hat die aber nicht schlecht gelebt. Nicht schlecht gelebt. Merkt ihr, wie die Musik schon stimmungsgeladener wird? Hier war ich... Hier war ich doch auch schon, oder nicht? Oder nicht? Ich war wahrscheinlich von der anderen Seite. Ich war auf der anderen Seite. Hab wahrscheinlich auf dem Haus geblickt. Das kann durchaus möglich sein. Oh. I'm brunnen. Dann weiß ich zumindest, wo ich gleich wieder aufwachen werde. Am Grunde dieses Brunnens. Okay, wollen wir reingehen? Wollen wir... Und da kam ich. Okay, wollen wir... Warte. Okay, wollen wir reingehen? Wir gehen rein, oder? Wir gehen rein. Wir gehen so heftig. Wir gehen so heftig. Was...